So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Transform Fever, hier auf meinem wunderschönen Kanal. Ich habe hier zwei Züge, ich habe Zug 1 und Zug 4 gerade angeklickt, weil die beiden sollen dann mal die Strecken wechseln, weil ich merke, auf Linie 1 werden zu viele Leute hin und her gefahren und auf Linie 6 noch viel zu wenige. Wir werden uns heute auch dran setzen, die Linien zu ändern von dem Nahen her und auch von der Sache her, dass wir den ÖBNV mal bauen. So, leider habe ich hier schon 16 Leute jetzt drin, ist mir egal. Er soll auf Linie 6 rumsteigen und er auf Linie 1. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die beiden zurechtkommen, wenn wir sie jetzt losfahren lassen. Beide kommen wunderbar zurecht, finde ich sehr, sehr nice. Und jetzt müssen wir halt, die beiden lassen wir mal schnell umdrehen. Schauen, dass der Zug noch weit genug weg ist. Ja, der ist locker weit genug weg. So, dass die hier jetzt noch schnell ein paar Leutchen aufnehmen. Zug 1 wartet auf freie Wege. Achso, okay, deswegen wartet er auf freie Wege. Jetzt kann er reinfahren. Okay, der fährt erst der richtige Gleis. Okay, gut, okay. Hat sich's geklärt. Hier kommen echt viele Leute Richtung Linie 1. Ist auch wohl die stärkst besuchte Strecke im ganzen Spiel. So, jetzt sehen wir auch hier, wenn endlich mal Essen abgeladen. Ich weiß nicht, ich habe hier ein bisschen laufen lassen. Die Sache ist, ich weiß nicht, wo der Zug ist. Ach, guck mal, hier fährt er. Mit 0 Essen am Port. Wow, dann drehen wir um. Da kann er nämlich jetzt schon mal das Zeug holen und kann dann das Essen abholen. Weil 14 Essen und hoch. Ja, warum auch nicht? Das ist gut, dass es jetzt mal langsam anfängt. Das sind nämlich echt viel an Einkommen, was wir hier bekommen würden, wenn es dann anläuft. Aber jetzt passiert nämlich noch die wichtige Sache. Wir müssen noch uns Geld wiederholen und uns ein bisschen Geld natürlich noch leiden. So, dann können wir nämlich hier mal zwei Sachen noch wegreißen. Was natürlich nicht mit kompletter Absicht war, sondern eigentlich nur, damit wir mal besser die Linie hier fügen können. So, damit der Bus ein bisschen besser vorhanden kann. Der geplante Buslinie, die wir jetzt gleich noch erstellen, tun, sollen, dürfen. So, können wir auch ein bisschen an der Infraestaktur unseres Dorfes teilnehmen. Oh mein fucking Gott, okay. Wir suchen Personenfahrzeuge, und zwar erstmal das Depot. So, zwei Gebäude entfernt, Straßenfahrzeuge kaufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist ein bisschen viel für die Stadt. Fünfe müssten reichen, dadurch, dass die Stadt ja jetzt größer ist als alle anderen. Wir brauchen hier eine neue Linie, die wird rot, schön. Wir fangen hier an. So, da haben wir unsere wunderschöne Strecke fertig. Das hat zwar einen kleinen Moment gedauert, weil die ist hin und her, aber wir haben zehn Haltestellen insgesamt. Warum auch nicht? Alle Fahrzeuge sollen hier drauf gehen, die hier sind auf die Linie sieben. Oh, wir haben noch 300k. Letzten Monat haben wir 300 plus gemacht. Okay, nice. Essen wird nicht weiter hierher geschafft, ist echt schade. Aber gut, okay, was anderes können wir nicht machen. Und Tür des Friedbach ist auch natürlich noch nicht ganz so gut, aber... Wird noch alles. So, hier stehen ein paar Leutchen an, neun Leute, acht Leute. Hier können wir natürlich noch zwei Straßenfahrzeuge dazu holen, die auf die Linie 2 gehen. Und hier haben wir noch ein Fahrzeug dazu, der auf die Linie 3 geht's. So, wir werden jetzt aber auch die ganzen Warnhaltestellen noch umbenennen. Das werden wir jetzt mal schnell machen. Und ich habe gemerkt, meine Videos kommen ja nicht mal ganz so gut an. Das sind die ganzen Real-Life-Videos, die echt gut ankommen im Moment. Und ich versuche jetzt eben mehr Real-Life zu machen. Habe ich schon öfters gesagt. Hahaha. Äh, das versuche ich jetzt aber wirklich mal. Ich mache jetzt so, heute will ich versuchen noch eine Linie, äh, Linie, genau. Noch ein Dings zu machen. Ein neues Real-Life-Video. Und mal gucken, wie das ankommt. Und ich merke, wir müssten eigentlich auch mal mehr hier drauf gucken, was so die ganzen Linien eigentlich abwerfen. Und nicht nur kaufen, kaufen, kaufen. Weil wir sehen, das ist nicht so prickelnd, was so die Sachen abwerfen. Gucken wir mal. Selbst das Essen-Riedbach, äh, nimmt schon 24k plus ein. Obwohl sie so eine ehrenlange Strecke haben. Man könnte mal überlegen, noch mehr Fahrzeuge auf die Strecke zu holen. Vielleicht rentiert sich das. Man weiß es ja nicht. Äh. Aber jetzt sind natürlich andere Sachen viel, viel wichtiger. Zum Beispiel noch hier umbenennen. Aber das mit Fahrzeugen, das macht glaube ich, das unten auch noch. Solange wir noch plus haben. Das wird vielleicht auch nicht mal ganz so lange sein, dass wir plus besitzen. Und noch bin ich ja mal mit meinen Eltern. Also ihr könnt euch ungefähr ausrechnen, äh, wie lange dieses Video vorproduziert ist. Das ist schon eine ganz schöne Weile, die ich hier vorproduziere. So, wir müssen uns mal hier jetzt angucken. Der ÖPNV, Trebs und Trebs-Dittersee machen Minus. Trebs-Dittersee hier. Diese Strecke, gut, die Strecke ist auch noch nicht so eingefahren. Und wir haben jetzt auch den alten Zug mit drauf. Wir haben auch nur einen Zug auf die ehrenlange Strecke. Man müsste eigentlich jetzt zwei Züge, aber das Geld haben wir im Moment noch nicht so richtig. Wir machen zwar jetzt langsam plus, wie wir mal sehen. Wir haben jetzt 600k plus. Das mag gehen. Wie gesagt, wir müssen mal gucken, wo wir vielleicht noch ein kleines bisschen plus reinholen. Weil die ganze Zeit Minus reinfahren ist auch ein bisschen scheu im Kleister. Das Vieh-Essen nimmt auch recht gut ein, sehe ich gerade. Ist der Zug schon mit dem Essen raus? 28 nimmt der mit an Kühe. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil hier sind ja immer noch so 13 Essen hier. Ob der überhaupt Essen mitnimmt. Das können wir aber, glaube ich, anders noch gucken. Schnell. Also wir entladen 15. Also hier ist Verkehr unterwegs. Das ist schon mal gut. Und die Versorgung ist schlecht. Das war mir klar. Was ist denn, wenn ich aber die ganze Versorgung hier unterbreche? Und das Essen hier nicht mehr abhole von den Vieh-Essen nach Dings hier runter? Nach Riedbach fehlen uns 13k im Monat. Ungefähr. Aber ich sehe gerade, mehr brauchen wir auch nicht. Die Sache ist auch, die Strecke ist wirklich elend lang. Wir müssen eigentlich uns entscheiden, welche Strecke bauen wir zuerst als zweigleisig aus. Ist es die Vieh-Essen oder ist es die Dittersee-Drebs? Das ist jetzt unsere Frage. Denn ich habe viele Fragen. Aber ich glaube eher, wir kommen besser, wenn wir das Vieh-Essen machen. Weil hier haben wir ja noch nicht so viele Leute unterwegs. Wir hatten gerade mal zwölf Leute. Der Zug ist gleich da. Und der hat 24 Platz. Genau, 24. 19 hat eingeladen. Also, hm. Gucken wir mal, Dittersee-VPN-V. Drei Leute von 20. Also, da haben wir noch eine Menge Platz. Und im Moment machen wir Plus. Das hört man sich doch gerne an. So werde ich jetzt langsam mal die Zeit nutzen, hier ein zweigleisiges System aufzubauen. So, die Strecke ist jetzt theoretisch für ein zweigleisiges Befahren fertig. Wir müssen jetzt nochmal gucken. Ich habe jetzt hier schon ein Signal hier in die Mitte hingestellt. Und, dass man eben nicht die ganze Strecke so sagt, okay, wenn die ganze Strecke so besetzt ist, dann bitte nicht fahren. Wir fahren ja dann theoretisch nur zwei Züge lang. Deswegen ist mir das ja eigentlich relativ egal. Aber ich merke gerade hier unten ist ein Signal falsch gesetzt. Wir müssen mal gucken. Von der Seite aus fahren. Dann ist genau das hier falsch. Das muss so rum. Dann muss das hier wegrissen werden. So, dann haben wir das fertig. Wir haben noch 600k übrig. Vieh essen neu Ulm. Und dann können wir... Nein, natürlich keinen Abriss bestätigen. Fuck, ich bin noch im Abrissbereich. Und wir können uns leider nichts mehr leihen. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch warten, bis die Bahn, wir uns die leisten können, eben. Und wir können uns circa drei Waggons leisten mit der neuesten Bahn. Aber das bringt uns noch nicht viel. Das ist echt zu wenig. Aber wir können... Wir sind schon im neuen Monat. Fällt mir gerade so auf. Jetzt müssen wir mal ein bisschen warten. Wir verdienen schon relativ gut. Wir verdienen 920k plus. Das ist sehr, sehr nice. Das heißt, wir haben im letzten Monat recht viel Baukosten gehabt. 35k. Und das geht eigentlich noch. Ach, hier haben wir Baukosten 500k. Achso, nee. Das ist natürlich zu viel. Und die nochmal 35. Also, wir könnten übers Plus kommen. Oder wir kommen sowieso übers Plus. Ach, du Scheibenkleister. Hier warten 49 Leute. Also hier müsste man umbauen. Wir gucken mal, ob das der kleine oder der große Zug ist. Hier haben wir 36. Das ist der große. Und hier haben wir 24. Wir haben 27... Äh, 700k gerade. Äh, das heißt... Stopp. Zug kaufen. Wir kaufen uns zweimal den teuren hier. Und jeweils dann noch einen größeren Waggon. Dann fahren wir mal. Dann kommt er ins Depot fahren. Bitte etwas schneller. Er kommt gerade auf... Aus Gleis hier. Auf... Auf... Begegnungsgleis. Er fährt durch. Okay, gut. Soll eigentlich nicht ganz so sein. Den verkaufen wir hier. Der geht nach oben. Der geht nach unten. Der geht nach oben. Und jetzt gehen alle Waggons hier nach unten. So, wir haben jetzt 52 Platz. Wenn ich jetzt ein Fahrzeug hier wegreise, haben wir 46. Und das reicht vollkommen zu. 46 Platz. Da... Der geht natürlich auf die Neu-Ulm-Nahr-Triebstrecke. Wobei ich gerade echt dämlich bin. Da muss bitte ins Depot, weil... Er muss ja auch noch ins Depot fahren. Sonst klappt es ja nicht. Weil sonst stehen die beiden sicher im Wege. Wir haben jetzt 62 Leute. Oh, die hauen langsam ab. Die haben keine Lust mehr zu warten. Realistisch ist es 65. Oh, das gibt Kohle. Nein. Der hat... Der hat eingeladen. Der hat Leute eingeladen. Hmm. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Der muss schon mal losfahren auf die Neu-Ulm-Nahr-Triebstrecke. Der hier wird verkauft. Der geht mit nach oben. Dann haben wir jetzt 200 Platz. Dann kaufen wir hier auch einen davon. Haben 40 Platz da. Setzen alle auf den unteren Zug mit drauf. Jetzt hat der Zug insgesamt 40 Leute. Passt. Wunderbar. Und dann kann er nämlich auch auf die Neu-Ulm-Nahr-Triebstrecke. Auch wenn das jetzt noch nichts bringt. Deswegen warten wir mal. Sagt bitte nicht, wir kriegen jetzt einen neuen Zug. Pferdefuhrwagen und Leopsel. Ach du Scheiße. Wie spricht man das aus? Den Pferdefuhrwagen ändere ich nicht. Weil der hat ja keinen großen Unterschied zu den jetzigen Pferden. Nur ein kleines bisschen schneller. Fünfe Platz mehr. Und 5 kmh nicht ganz so viel Unterschied. Hier auch nicht so. Und deswegen warten wir noch einen Moment. Wir haben ja auch im Moment nicht gerade so viel Geld. Deswegen alles gut, alles gut, alles gut. So, da sind zwei Züge angekommen. Jetzt können wir unseren hier losfahren lassen endlich. Er hat zwar nur 20 Leute, er hat 22. Okay, hm. Mal gucken, ob sich das überhaupt rentiert auf der Strecke. Aber okay, wir lassen die mal fahren. Die werden sich glaube ich doch schon rentieren. Denn im Moment verdienen sie ja 136. EPNV macht auch 162. Also, GnK leider. Plus sonstiger EPNV. Neu-Ulna, der macht sehr, sehr viel Platz. Äh, Plus. Sehr, sehr gut. Und was sagt denn hier eigentlich unsere Bahn hier? Finanzenmäßig, uh. Ist sie sehr stark im Plus. Obwohl sie gerade im Minus macht. Diesem Monat macht sie natürlich im Minus. Aber sonst, relativ nice. Essen ist auch schon da hier. Öl war mal da, okay. Und abgeladen haben sie auch hier ein bisschen was, oder? Ja, nicht viel. Und was sagen sie in Riedbach? Laden sie hier genug ab? 15 ist nicht gerade viel. Geht aber einigermaßen. So, jetzt haben wir die Sache hier drüben. Wir verdienen relativ gutes Geld. Hier kommen jetzt auch 25 Leute hin. Und sonst an den Haltestellen warten auch schon ein paar Leute. Via Fringstraße, Via Mozart. Aha, okay. Auch interessant. Das ist auch so ein bisschen anders. Das ist dieses Via über verschiedene Strecken dann geht. Und wir haben schon wieder 400 Plus. Reicht für unseren nächsten Zug hier unten nicht. Unser nächster Güterverkehr Zug. Das möchte ich wirklich durchziehen, dass als nächstes der nächste Güterverkehr kommt. Denn mit Hoffnung, dass wir hier ein bisschen mehr Essen vielleicht reinkriegen. Guck mal, wie Wenden nochmal kommt. Hier sind jetzt 8 Essen. Das kann doch nie sein, dass wir nur so wenig einkassieren können, aber extrem viel mitnehmen können. Das Schlimme ist, wir fahren 16 hier hoch. Und das mit dem neuesten Zug, den wir im Moment besitzen. Das tut schon weh. So, theoretisch müsste unser Zug jetzt voll werden. Ja, unser Zug ist so gut wie voll. Das geht schon. Und jetzt lassen wir den durchfahren. Wir haben schon wieder 154 K. Also, mit dem Geld haben wir langsam keine Probleme mehr. So Leute, wir haben ein kleines Problem. Wir haben doch zu wenig Verkehr auf der Strecke hier im Moment. Das bedeutet, wir müssen leider an einem Zug die Waggons ein bisschen vermindern. Und ich würde mal sagen, das ist eigentlich der hier oben. Aber der hier oben ist gerade vorbeigefahren. Deswegen, wir warten mal kurz, bis er wieder vorbei, äh, ran ist. So, ich habe mal kurz angehalten, weil ich habe echt jetzt überlegt, kommen wir nicht besser, wenn wir einen Zug verkaufen? Dann müssten wir aber den kleinen Zug verkaufen, weil ich glaube, wir haben hier 39 Leute. Das ist, es ist viel. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Weil jetzt sind wir so ein Haufen Leute da, sich gerade, wir müssen eigentlich auf den nächsten Zug warten. Weil 43 Leute, das ist extrem viel. Ihr könnt ja nichts sagen, das ist gewaltig. Und wir haben hier jetzt 15 K plus, es ist nicht viel. Der hier hat seine Probleme, der darf ja nicht durchfahren. Das ist so, er würde gerne durchfahren, aber er darf nicht. Oh. So, Leute, ich würde mal sagen, der ganze Part ist jetzt vorbei. Ich weiß schon, welchen Zug ich verkaufe oder auch nicht verkaufe. Ihr müsst jetzt warten, bis zum nächsten Mal, wenn ihr das weiter sehen möchtet. Na, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, ob ich einen Zug verkaufe oder nicht. Vielleicht ist auch hier oben als Umfrage da. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Master Vault. Ciao, ciao.